Hi, ich bin Christine und ich zeige euch heute schöne Aufkleber für die Schuhe, die man als Überraschung vielleicht für den Bräutigam oder einfach so zusammen raussuchen kann. Ist eine ganz tolle Idee, dadurch hat man ein kleines Highlight und zwar sind das so kleine Aufkleber, die kommen einfach auf die Schulsohlen jeweils hinten drauf. Da zeige ich euch jetzt gleich, wie es gemacht wird. Und zwar fange ich bei dem Frauenschuh an. Da gibt es zum Beispiel den iDo Aufkleber für die Frau, der jetzt in blau ist. Dann nehmen wir zum Beispiel jetzt erstmal den rechten Schuh von der Frau. Da kommt dann das Ei drauf. Das wird dann hier hinten draufgeklebt. Hebt dann schön schön. Der linke Schuh bekommt dann das Do Zeichen. Auch wieder hier schön hinten drauf. Hebt auch wunderbar. Und wenn ihr dann zum Beispiel auch Shooting-Bilder mit Braut und Bräutigam zusammen macht und zum Beispiel der Bräutigam seine Braut in den Armen hält und dann zur Fotografin nach vorne zeigt die Schuhe, dann sieht man immer schön iDo. Das ist für die Frau und für den Bräutigam haben wir natürlich auch eine Variante, weil wenn die Braut ihre Schuhe zeigt, muss der Bräutigam seine ja auch zeigen. Und da gibt es einmal Schießmein. Ist ja dann ganz schön. Auch in Glitzer hier. Da fangen wir auch wieder mit dem rechten an. Dann nehmen wir das Schie vorsichtig ab. Vorsichtig abziehen, nicht dass sich die Buchstaben voneinander trennen. Auch wieder hier in den Mittelbereich kleben. Und auf den linken. kommt dann das Mein-Zeichen. Und wieder in die Mitte kleben. Und dann zeigt auch der Bräutigam seine Schuhe. Schießmein. Und sagt seine Aussage. Und falls ihr eine andere Variante sucht als das iDo oder Schießmein, haben wir auch noch blau für die Braut. Zum Beispiel iDo. Es gibt ja den Spruch, man braucht etwas Blaues, etwas Altes, etwas Neues und etwas Geliehenes. Wenn ich jetzt nicht falsch liege. Und da wäre zum Beispiel schön, dann hat man schon automatisch was Blaues dabei. Ist ja eine schöne Idee. Und der Mann, wenn man ein bisschen witzigere Varianten möchte, gibt es für den Mann auch noch andere Sprüche. Und für die Frau auch noch mal andere Sprüche, die jeweils im Dunkeln leuchten. Wenn ich jetzt nicht mehr Folgen nehmen. Wie ist denn das mit der Verenigungsgruppe? Skalb Körbestein. Das war schief. Platt.